Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saints Row 4 Part 10. Und diesmal ist es wieder der einzigartige, oder soll ich besser sagen, die rote Hure entgratet dabei. Das kann gar nicht sein, ich bin nicht mehr rot. Also hör auf, den Leuten Lügen zu erzählen, also wirklich. Ja, hallo. Okay, ich meinte der weiße Helge, tut mir leid. Okay, let's go. Hm, okay, ich weiß nicht, wie ich mich nennen soll, aber das ist jetzt auch egal. Hä, was will der von mir? Ich glaubte, alter. Was? Oh fuck, der ist in Gefahr. Warte, müssen wir einfrieren, schnell! Dieser behinderte Wall-E, der kann sich nicht auf sich selber aufpassen. Wie friert man den nochmal ein? Ja, Eisstrahlding. Ähm, ich bin da. Atme! Ich hab's, ich hab's. Äh, das ist, oder? Ich hab mich schon gerettet, bevor, du... Ja, das wär's gewesen, aber es bringt auch nichts mehr. Weißt du, äh, ja, ich muss erst mal suchen, warte mal. Äh, ja, wo ist denn das Eis? Hm. Hm, 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 okay. Alter, was ist denn für Maschinen? Der Terminator! Hahaha! Der sieht echt so aus, Daniel. Also, also fast. Guck dir die mal an. Alter, die Zogen schon viel ab. Hilfe, der Terminator! Das ist echt der Terminator! Ich hab Angst! What the fuck?! Wie stark sind die eigentlich?! Ich hab keine Ahnung, komm, noch Leben, Daniel! Fuck, die kommen von allen Seiten! Scheiße! Ich glaub, die wollten Stärke in den Arsch. Fuck, Daniel, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Fuck, Daniel. Oh, 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 oh! Wo bist du, wo bist du, Rüdiger? Hä, Gandalf, wo bist du? Ich lege doch dir! Du bist über mich gerannt! Haha, schnell! Fuck! Was tun?! Ich kann nicht aufschließen den Typ! Alla! Alla, was sollen wir machen?! Ich hab kein Problem wieder! Fuck! Daniel? Ich glaub, wir sind nochmal. Hey, Diego! Und alles gut! So lange du wild bist! Wie, wie soll man die kill? Daniel, Hilfe! Hilfe! Ich hab ein von ihnen gekillt, du musst schon nicht auf den Kopf schießen! Ich bin gleich tot! Da fällt der Kopf ab! Hier, hier ist eine Waffe! Okay, ich hab sie! Ich sehe vor schnitzende. Hasta la vista, murder fuckers! die die musik die wahl deutschland alle doch nicht er wird neunigall wurde der der Welt neunigstürzt und das Leben ich bin die Lillane Strumpfhose ich schaff das oh fuck der überfährt mich einfach oh scheiße da fühlt man sich gleich viel besser wenn man weiß man wird anerkannt und jemand überfährt einen da ist so ein schwules Raumschiff will schon erst malen ok du merkst glaub gar nicht mehr dass du schwul sagst oder? oh scheiße hehehe hehehe das ist so geil oh da ist schon ein Raumschiff für uns über uns ich wiederhole Houston auch bin voll drauf gesprungen grad ja das lebt noch eine doch nicht scheiß Aliens alter scheiß Aliens alter scheiß Aliens alter huah wir haben es geschafft ich weiß nicht wir haben es geschafft ja gott sei dank heiliger Motherfucker ah ich hab mir eine Pistole eingetauscht gegen so eine behinderte Alienpistole Laserkanone alter oh mein Gott ok das grüne Nilpferd ah Daniel ich hab noch was anderes vor also man sieht sich dann hehehe okay ähm der hat mich voll wegschlag alter glaubt er der ist salatgurken mäßig ok du musst erst Eis auf ihn schießen damit sein Schild weg geht ich hab Feuer auf ihn geschossen oder Feuer Feuer geht auch ja ja Feuer geht auch boah das ist der Hulk alter guck wie er rumspringt alter huah so kann ich auch rumspringen mein Freund wir waren wohl auf der gleichen Schule der Hogwarts oder? ok 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 Legalium Leviosa ich hause Harry Potter ok ok wie schnell kriegt das ein Schlechtsschutzschild eigentlich oh fuck ich weiß es nicht wir sollen uns absprechen wer schießt als erster Eis? du oder ich? ich ich ah jetzt hab ich schon geschossen eh die Musik die 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 wie Prozent 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 Dordi so oft dieser Kürbis auf Brot Moritz Reckentler war was ist nur mal Walter Kiel Prozent Prozent okay ich glaube das klettert durch der Frosch halter ja klar sich an sein Leben die unberfost drauf Fack. Fack. Komm kill ihn, kill den Bastard. Ah, fast. Der Schausgewicht, Alter. Hey, der lügt seinen Penis. Doch nicht. Fack. Fack, weißt du. Oh! Daniel, ich falle. Nein, ich bin Rudok-Floge. Ah, Fack, liegt das wohl jetzt an mir? Wow, komm schon. Komm schon, lade doch nach! Da steht ganz da oben gerade, wie das aussieht. Los, Daniel, kill ihn. Gute Arbeit. I'm a Bobby Girl. In a Bobby Bird. It's fantastic. It's the Lilane Strumpfhose. Okay. Deine Stimme. Ja, man. Jetzt haben wir Telekinese. Das heißt, wir können die Macht benutzen. Yeah. Wow. Benutzt du die Macht, Lu? Sag, ich will auch. Ich will auch. Ach so, du willst auch, dann. Ich weiß nicht, wie ich den loslassen kann. Lass einfach mal los. Ah, warte. Warte, er lässt dich von selbst gleich los. Hier. Okay. Hey, du Wiener Würstchen. Und wie, wie lebt man so als Würst? Ja. Nein, Wiener. Wiener. Oh, das ist noch mehr. Hey, gerade guck mal, der lebt dich. Der hat dich schon immer geliebt. Oh, was macht das? Oh, was macht das? Oh, was macht das? Ich will nicht. Ich will nicht. Das macht Spaß. Das soll ein Loser. Was? Waaah. Zertag, warum weicht der mir mal aus? Oh, irgendwie... Ha? Der Sound weicht mir mal aus? Ah, du hast mich erwischt! Oh, fuck! Oh! Oh! Au! Ich bin sicher, dass du meine Chance haben. Ich sehne mich nach Rache! Hilfe! Fotok, helf mir! Wo bist du? Nein! Möge die Macht mit dir sein, Rüdiger! Yeah! Telekineser! Oh, ist gezeichnet! Okay, perfekt! Ähm... What the fuck? Ah, jetzt kommt das eine... Das ist das DLC-Paket. Oh, das Sane-Safe-Christmas-Pack. Aber ich glaube, die DLCs spielen wir zum Schluss, oder? Ähm... Ja, würde ich auch sagen, ja. Ja. Außer wenn ich mal zwischendrin vielleicht Langeweile oder... Ne, das wäre auch scheiße, weil das passt ja dann zur Story, weißt du, wie ich meine? Ja, genau, deswegen spielen wir lieber erstmal die Story durch und danach zum Schluss die DLCs. Das wird auch noch gut. Genau. Okay, ähm... Die nächste Mission! Ausgezeichnet! Jaaa! Sollen wir uns vielleicht auch irgendwann halt mal wieder... Also immer so von Part zu Part mal irgendwann halt so, wenn wir gerade Lust haben, neue Kostüme oder so anziehen? Oder soll man die Palder? Mir ist egal. Uh, ich weiß, ich mag meins eigentlich. Ich weiß nicht. Ja, ich auch eigentlich. Also ich weiß nicht, wie du da eins ziehst, aber... Wenn ihr wollt, dass wir andere Kostüme anziehen oder halt einfach mal ein bisschen rumprobieren, dann könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Das wär voll cool, äh... Ja, das wär ne Idee. Genau. Immer die Zuschauer entscheiden lassen. Schönes Taxi. Ich hab verzeichen eindrückt. Oh, du bist... du bist doch... scheiße. Ja, du bist scheiße. Ja. Wär scheiße. Hä, was sollen wir tun? Willkommen zu Mind Over Mörder. Die Regeln sind einfach jeder Punktbereich in hell bla bla bla... Langweilig. Ah, wir müssen so... ich verstehe, das Spiel nicht. Wir müssen Menschen durch Ringe werfen. Wenn es ein Auto angezeigt ist, müssen wir, glaub, ein Auto, wenn so ein grüner Mensch, dann Mensch. Und, ähm, ich glaub, wenn es so lila angezeigt ist, müssen wir so einen Genki-Kopf reinwerfen. Oder so einen Panda-Kopf. Ah. Okay. Okay. Also, die... die Regeln sind ja eigentlich recht einfach. Ja, extrem einfach. Das kann sogar ich verstehen. Haha. Okay. Komm schon, wir schaffen Gold. Das wär ne Blamage, wenn wir nicht Gold schaffen. Also. Ähm. Ich hab so'n Genki-Kopf. Okay, ich hab' ein Auto. Ich hab' ein Auto. Äh, dann suchen wir ein blaues Zeichen. Fertig. Ich hab' so'n, so'n Menschen. Der Wichser hat mich gerade überfahren. Mensch, Mensch, Mensch. Wo? Scheiß Hühnchen, du. Äh, noch ein Mensch. Ja, hab' ich. Okay, weiter. Schnell. Daniel, blablabla bleibst du. Ach so, da vorne. Es wird ja schon angezeigt. Ähm. Okay, ich hab' nen Genki-Kopf. Okay, ich hab' nen Genki-Kopf. Was? Komm schon. Auto, Auto, Auto. Ist da irgendwo ein Auto. Ich hol' mir einen Mensch. Ich hol' mir einen Mensch, okay. Nur noch ein Auto. Nur noch ein Auto. Da ist eins. Ah, hier ist ein Auto. Okay, weiter. Ja. Das ist das letzte jetzt. Drei von drei. Oh, schnell, schnell, schnell. Wir schaffen's, glaub' logger. Hä? Okay, ich hol' mir die Genki-Köpfe immer, okay? Okay. Ich hab' nen Auto, ich hab' nen Auto, ich hab' nen Auto. Okay, ich such' nen Menschen, ich such' menschen. Okay, ich hab' auch nen Auto. Nein, ich hab's den Elbe geworfen. Ganz ruhig. Okay, ich hol' mir Menschen, kein Gedrang. Mensch, okay. Ich hab' ihn! Jaaaa! Okay. Besser geht's gar nicht. 12 von 10. Wie die läuft. So toll sich auch immer, wenn die Schule rum ist. Jaaaa! Spagat! Ich bin Level 7, bald Level 8. Nicht schlecht. Und ich bin Level keine Ahnung was. Äh, irgendwas stimmt mit meiner Datei nicht. Mit was? Ne, ne, okay, ist egal. Ne, ne, doch, ist alles okay. Ich hab' grad angeschriegt. Ist nur die Musik im Hintergrund. Ähm. Okay, Rüdiger. Nächste Mission, na los. Oh, was machst du? Wer ich? Ach so, ganz kurz, äh, leiser machen. Ach so, ich hab' grad' dachte. Die Musik, weil ich merk' die ist bis letztlich zu laut. Okay. Nein, nein, okay, jetzt. Nächste Mission, Daniel. Ach so, ja, Entschuldigung. Warte mal, jetzt ist schon, äh, schaffen wir das noch. Ich weiß nicht. Null cool. Befrei Matt Miller. Ja, wir haben ja noch 5 Minuten. Okay. Schnell! Ah, das ist so weit weg, ich weiß nicht. Weiß nicht, nachher ist wieder so ne richtige. Äh, ja gut, okay. Äh, dann, dann nehmen wir lieber so ne kleine Mission. Dann machen wir halt noch so ne kleine Mission irgendwie. Da das mit dem Auto, hier wo ich bin, komm mit. Hier ist was, warte mal hier. Ja, wir machen die. Okay, warte, ich komm zu dir, ich komm zu dir, warte. Wo bist du? Ähm, hier. Du siehst mich. Ah, ja. So, wenn du schon guckst, siehst du mich hier. Oder nicht? Doch, ja. Oder auf der Karte halt. Ja, auf der Karte seh ich dich, sonst seh ich dich eigentlich auch immer so, aber irgendwie, keine Ahnung. Ach, da bist du ja. Ach, da bist du ja. Hey, na klar, ich hab dich irgendwie vermisst. Ja. 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 Da steht auf, klaue das Fahrzeug. Wo bist du? Steig ein, kleiner Daniel. Ich fahre. Wow. Mit diesem Monster Truck. Geiler Scheiß. Alter. Ja, das hat einfach passiert. Was passiert? Mich hat's ausm Auto rausgefetzt. Ich hab mit Acryle geschossen. Da kannst du mich sogar ausm Auto rausfetzen. Hä, wo bist du? Scheiße. Dann komm her, schnell. Ich komm. Ich, I follow. 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 Oh, Manger Feuer. Alter. Wie ging das? Oh, scheiße. Ich weiß das. Ich ramsch mich einfach so. Du musst schon sagte einsteigen, Daniel. Dann spüren wir mal passende Musik. Ah. Und Sieg. Das war's schon. Natürlich, Detlef. Okay. Ja, dann suchen wir hier in unserer Stadt noch so kleine Missionen. Hier zum Beispiel können wir den Laden hacken und so weiter. Dann machen wir das auch, ähm. Okay. Ähm, ich hack den mal. Ähm, ja. So. Ha, also das so. Oh, fuck. Ich werde attackiert, dieser motherfucking Aliens. Ihr Wichser. Warte. Dann hier zerstören wir das. Wo? Wo, wo? Da oben. Da, hier. Jaaaah. Ha, Telekinese. Hui. Einfach aus dem Dach schmeißen. Ah, fuck. Ich bin gleich tot. Hilfe. He, kein Touchdisk. Du 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 du. Du 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 du. Derina catch예요. rubber. silver. Ich bin ein Tauben, es ist ein Jahr. Hä, wer lebt da denn noch? Ah, okay. Willkommen inboarden. Derina Radio heraus. Oh, wir holen uns neue Waffen, weiß ich nicht mal. Ja, stimmt eigentlich. Können wir auch mal. Können wir zum Schluss noch mal machen. Genau. Ja. Okay. Munition kaufen. Waffen kaufen. Ich verbessere die einfach mal. Kann man diese Grille auch verbessern? Ladegeschwindigkeit. Was? Hä? Was? Hä? Sag mal. Du dreckiger Eduard. Wild steige ich eine aufs Maul. Haha. Dieser Wichser. Jetzt bin ich tot. Was? Nee. Daniel. Nein. Hilfe. Oh, ich bin auch nicht tot. Haha. Ich hab gar nicht gemerkt, dass mich jemand angegriffen hat. Ja, das war der Eduard, der ist aggressiv. Ich hatte gar kein Leben mehr. Ah, okay. Warte. 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 Hier ist ein Waffenladen in der Nähe. Geh mal vor da schnell hin. Willst du ihn diesmal hacken? Oder soll ich ihn hacken? Jetzt wurde ich schon überfahren. Was ist denn da gerade los? Haha. Willst du ihn hacken oder soll ich? Ja? Nein? Überlegst du ihn kurz. Okay. Aber eigentlich, mach nur schnell, weil der Part geht. Sonst etwas zu lange. Hetzt mich nicht. Hä? Du? Du, du siehst hässlich. Achso, ich schlag niemand. Sonst kommt wieder die scheiß Polizei. Ja, doch einmal. Haha. Ich hab den Typ voll da reinkrammt, der Loser. Oh, das ist ein Baseballschläger. Ich glaub, der meint sehr ernst. Oh ne, jetzt will der wie im Ort die... Oh ne. Jetzt will der mich wieder schlagen. Haha. Ja, wieso haust du ihn auch? Haha. Weißt du? Ja, hab ich gehört. Das war versehentlich. Ich hab ihn bloß... Ich hab ihn bloß angrempelt. Versöhnlich. Aha, ok. Hahaha. Was ist das hier? Wumskanone hört sich interessant an. Was? Ich hab zu wenig Geld? Das soll wohl Witz sein. Wieso? Hahaha. Was nimmt die doch? Jetzt, Lä. Was ist das für eine Waffe? Alien-MP, Alter. Hört sich auch interessant an. Ja, die machen wir gerade mal rein. Pistole, oh! Alien-Pistole, oder? Schnellschusspistole, nehmen wir die hier. Ähm, was haben wir hier? Dieses scheiß Alien-Gewehr ist voll kacke. Feuerstoß-Gewehr hört sich besser an. Ja, das nehme ich. Äh, was haben wir hier? What the fuck? Pimpelator! Boah. Den habe ich jetzt gerade auch genommen. Mal gucken, wie der ist. Enphyomatix. Merica. Messerwerfer, Alter, den nehme ich. Den habe ich auch genommen. Messerwerfer, Alter. Okay. Der schießt echt Messer. Geil. Und ich glaube, der Typ steht da immer noch. Sein Loser. Tesch muss an dem mal aus. Okay, ich glaube, der ist tot. Hilfe! Warte, was ist das für mich? Ich stecke mir Messer fest. Guck mal, bei dir stecken jetzt Messer fest. Guck mal, wie das aussieht in deinem Gesicht. Was? Bei mir steckt da gar nichts. Warte, ich schieß mal bei dir rein. Nichts. Oh, bei mir sehe ich es auch nicht. Schade. Ich bin gleich tot! Fuck! Oh, fuck! Okay, Leute. Dann würde ich an der Stelle mal sagen... Oh, es ist jetzt schon zu lang. Genau. Wir beenden den Krater. Und dann sage ich mal Ciao. Und im Krater, dein letztes Wort für heute. Ich sage schon mal Ciao. Genau. Und ich sage... Ja, gar nichts mehr. Haut ab, los! Auf, los! Okay, Ciao. Der ist... Er hat halt, äh... Er ist halt mit dem falschen Fuß aufgestanden. Oder irgendwie sowas. Ich weiß auch. Vielleicht habe ich auch bei der Arbeit auf Fresse geflogen oder so. Ich weiß nicht. Okay, Mann. Ja, mehrmals sogar. Okay. Okay. Also, bis dann. Ciao!